So, heute mal wieder was Besonderes. Das sogenannte, meiner Meinung nach, das Gegenstück zum Mini 300. Und zwar den Mini 270. Klein, fein, garagenfreundlich mit Aufsteller. Ihr kommt mal mit. Ich zeige euch mal einmal, wie der von innen aussieht. Wir haben hier eine sehr großzügige, große Heckgaragenklappentür. Dieses Fahrzeug hat jetzt zum Beispiel das sogenannte Fahrradkit. Das heißt, hier könnte ich sogar schon mal meine Fahrräder reinstellen, die vernünftig fixieren. Ich muss mir da nicht selber was basteln. Ansonsten haben wir hier einen sehr großzügigen Kühlschrank für den kleinen Wagen. Und die große Sitzgruppe seht ihr ja. Wenn ihr den Tisch da runter lasst, könnt ihr daraus ein vernünftiges Bett bauen. Kleiderschrank und unterm Kleiderschrank auch optional bestellbar die sogenannte Gasheizung. Der Vorteil an dem Tisch ist, ich kann ihn ja drinnen als Tisch zum Sitzen nutzen. Ich kann ihn als Auflage fürs Bett nutzen. Ich kann ihn aber tatsächlich auch. Und dann spare ich mir wieder ein bisschen an Zubehör, was ich mitnehmen muss, für einen separaten Tisch. Nimm den Tisch raus und hänge ihn an der Tür ein. Am Ende fehlen nur noch die Stühle.